Boom. Boom, genau. Und somit willkommen zurück bei ARK. In der neuen Folge, wir sind spät dran, ne? Aber, ne? Wir tun und machen. Ne? Heute mal ne Jagdfolge, oder wat? Meinst du? Ja klar, also wir müssen jagen. Wir zeigen euch auch gleich warum. Wir haben ein bisschen offscreen gespielt. Wie ihr seht, Lucy Level 11. Ich weiß gar nicht, was ich ableveln. Ich glaub Level 10, ne? Level 11. Auch Level 11, okay. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Wir müssen aber auf jeden Fall neu alles organisieren. Aus Gründen. Aus Gründen, die wir gleich erzählen werden. Aber wir werden erstmal Fleisch und ein bisschen Leder jagen müssen. Wo ist der denn jetzt hin? Der war da oben drauf, ne? Wie kommt man da hoch? Ich hab jetzt hier ne... Nach meine Steinschleuder. Ach, by the way, ist ein neuer Server, ne? Denn wir haben ein bisschen verskillt, glaub ich. Oh ja. Genau, wir haben uns nämlich auch so ein bisschen an euch gehalten, an die Community, die viele wertvolle Tipps gegeben hat. Ähm, so haben wir jetzt zum Beispiel unsere Skills ein bisschen verteilt, was das Sinn ergibt. Während Lucy auf Waffen und Werkzeuge aus ist, bin ich zum Beispiel auf Klamotten und Hausbau. Ähm, einfach um ein bisschen Punkte zu sparen. Das wurde so uns ans Herz gelegt. Da oben rennt er rum. Wie kommen wir denn da hoch? Auf den hatten wir es eigentlich... Guck mal, er kommt runter, er kommt runter, Lucy. Wo, 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 wo? Hier, hinten, komm mal her. Das soll nicht runterkommen, das ist doch... Ja, doch, gucke, gucke. Jetzt kommt er runter, okay. Warte, 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 warte. Ja, ja, logisch, ich warte, ich warte. Ist von der Seite und du auch von der Seite. Oder ich will von... Das sieht ziemlich brutal aus, ne? So, ich bin bereit. Noch nicht, und jetzt ja. Okay, drei, zwei, eins und go. Go. Mein Speer ist kaputt. Bestes Timing. Nein! Bestes Timing, Alter. Lächerlich, oder? Oh, der ist aber massiv beschädigter Typ. Lächerlich, weißt du? Ja, nee, da finden wir die Worte gerade. Das Timing war wieder... Das Timing war wieder unterirdisch. Das Timing, das ist... Wo ist denn jetzt der Speer hin? Der ist auch kaputt, jetzt. Nee, ich hab den gerade geworfen. Dann hab ich den wieder automatisch aufgenommen. Nee, der ist weg, oder was? Musst du doch nicht werfen, ey. Wieso wirfst du die? Ja, weil er weggelaufen ist hier, der Dino. Der braucht nicht mehr viel. Ich hab den dreimal getroffen, ey. Come on. Hast du jetzt auch geworfen? Nein. Nee, ich hab den Steinschweiler. Ach, nice. Ja, er weiß, das rennt bestimmt zum T-Rex, ey. Wahrscheinlich. Aber dann machen wir den T-Rex platt. Never. Ja, wir haben schon so einiges erlebt. Ähm. Wir hatten eigentlich auch vor, vor zwei Tagen schon aufzunehmen. Ich kann euch sagen, das war eine ganz schöne Geburt. Ja, mach ihn platt, mach ihn platt. Ich geh von anderen. Oh nein. Oh Gott, hab ich dich gerade getroffen? Ja, das ist so lächerlich, ne? Für was mach ich denn noch einen Speer? Geh mal von der anderen Seite ran. Warte, warte, ich muss neue Speer machen. Wo ist er denn jetzt hin? Ja, da rennt's. Kannst du vergessen, da rennt weg. Um dir mal entgegenzutreiben. Oh, Leute. Jetzt haben wir uns so weit abgesetzt, dass wir ja nicht mehr wissen, wo wir hin müssen, oder was? Oder geht ins Wasser. Pass auf die Haie auf. Ach, so ein Haie hier, ja? I don't know. Ja. Wie er da hinten läuft, ne? Ach, come on. Ja, weißt du, wie so eine kleine Pussy haut einfach ab, ey. Lass mal gucken, wie ein Fische oder so. Meinst du, hier gibt's Fische? Werden wir sehen. Ja, wie gesagt, wir hatten vor, ähm, vor zwei Tagen schon mal aufzunehmen, ähm, Plan war, uns zu finden und dann aufzunehmen. Wir hatten ja gesagt, wir wollten Offscreen aufnehmen, aber ich kann euch sagen, das, ähm, kann man keinen antun. Weil es hat ewig gedauert, um uns zu finden. Derben, Neulaufen, erstmal generell den Ort finden, an dem wir gespawnt sind. Es war ein Traum, war das. Ein Traum, Maum, ein Traum der Träume. Ich bin am Starven, übrigens. Ja, gut, game, du sollst mir zurückgehen. Äh, definitiv, ähm, wenn irgendwelche Bären noch, ne, hab ich auch nicht. Oh, lol, bin ich da wieder drin. Ey, das ist eine Umstellung, wenn man von Daisy hierher kommt, in das Game. Quatsch. Ja, doch. Ne, ne. Ja, doch, weil ich immer tabbe. Oh, shit, das schaff ich niemals. Die Motivation auch, ne, das schaffst du niemals. Klar schaffst du das. Lol, in dem Moment kackt der, weißt du. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das nennt man Motivation dann. Oh, da wäre ein Raptor. Soll ich den holen? Wenn du ihn kriegst, ja, ich lauf zurück. Das Feuer, glaub ich, krieg ich noch alleine an. Oh, scheiße. Nein. Jetzt hab ich auch noch einen Fehler gemacht. Jetzt bin ich da oben, wo der Dino gerade runtergesprungen ist. Da ist noch so ein Dino. Oh, scheiße. Oh, lol, hab ihn. Oh, ist mir auch egal. Ich hab's eilig. Äh, ja. Jo, 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 das ist dann die Jagdfolge. Wir haben ein Dino gejagt. Ich hab ein Dino! Ja, jetzt hab ich hier auch so ein Dino, oder was? Oh nein, und dann, was hast du gesagt? Pink war, war, war Boss, ne? What? Ich hab gar nichts gesagt. Nein, so ein lila, oder? Nö, nö, die halten einfach mehr aus, teilweise. Achso, okay. Ne, den lass ich in Ruhe, weil hier ist noch so ein Raptor. Der jagt mich, glaub ich, schätze. So ein Lophosaurier, oder wie der heißt. Ja, Mädchen, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ich bin nämlich auch ganz, ganz frisch hier angekommen gerade. Weil wir über Nacht, ähm, sagen wir, verstorben sind. Ja, guck ich aufs Gründen, weil wir nicht online waren, gut. Ja, weil das Game ähnelt tatsächlich Rust. Das heißt, wenn man auslaugt, äh, bleibt der Charakter an Ort und Stelle. Man geht halt Haier machen. Und wenn man dann natürlich geredet wird, geredet, 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 ne? Ähm, geredet. Also, wir wurden, wurden über Nacht angegriffen und getötet. Und, äh, insofern mussten wir direkt wieder von vorne anfangen. Und konnten auch nicht beim Bett spawnen. Ja, wir haben ein Bett und wir haben sogar noch mehr. Aber ich werde euch das gleich zeigen, wenn ich es noch lebendah hin schaffen sollte. Ne, das Bett ist weg. Das haben sie auch genommen, weil sie nichts gemacht haben. Ah ja, klar, stimmt ja. Das Bett haben sie auch kaputt gemacht, damit wir nicht mehr spawnen. Also, es war so eine mutwillige Zerstörung, wenn man so will. Kisten wurden kaputt gemacht, wir wurden leer gemacht, ne? Und, ähm, ja. Und das, äh, auch... Naja, gut, ein bisschen nichts an uns, weil wir es, wir haben es ein bisschen mit zu verschulden, weil wir das Dach nicht zugemacht haben. Dach, da habe ich schon wieder was verraten, aber ich bin ja ewig da. Ihr seht's ja gleich. Wie weit bist du, Luci? Ich bin unter WX, bei der. Hm, okay, okay. Mach schon mal den Grill an. Äh, ich bin unterwegs. Ihm knurrt der Magen. Da seht ihr es, ähm... Wir haben angefangen, ein Haus zu bauen. Allerdings ist noch alles offen, weil ihr glaubt gar nicht, wie viel Rohstoffe man dafür braucht. Wir haben ganz grob erstmal aufgefüllt, was fehlte. I'm unterwegs, I'm unterwegs. Unterwegs to my house. Äh, wo ist es denn, das Holz da? Ja, ja, Mädchen, ich weiß, du hast Hunger. Ich werde mir auch gleich, äh, mal kurz ein paar Bären hinterschraubeln, damit es ja aufhört, hier zu jammern. Ja, das ist nur am meckern. Ja. Ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Äh, äh, mir ist kalt. Äh, äh. Richtig, richtig. Ähm. Haben wir auf den Null, haben wir ein paar Bären. Also man kann eine Weile hungrig überleben. Unten rechts in der Ecke seht ihr bei mir die Symbole des Kreuzes, die Lebensanzeiger. Und wenn die, wenn das leer ist, dann isst man Matsch, wenn man so will. Die meiste Energie gibt aber halt das Fleisch. Oh leu, jetzt hab ich's ausgemacht, oder wat? Hält. Gut, halt das Fleisch und, ähm, brauchen wir. Das Problem ist momentan stets einfach noch in keiner Relation zu, ähm, jagen und essen. 15 Fleisch haben wir. 15, das ist doch meine Hausnummer. Kann man machen, glaub. Aber ich, ich glaub, ich brauch aber auch mindestens 4, 5 Stücken Fleisch, um wieder ersetzt zu werden. So knapp am Verhungern, wie ich jetzt gerade war. Ich kann euch das mal gerade kurz zeigen. Ähm, Level 11, hier sieht man, was ich geskillt habe. Also das ist, ja, alles rund um Klamotten und Haus hab ich geskillt. Luzi hat, ähm, Werkzeuge und Waffen und Lagerfeuer und Schlafsäcke und so weiter. Also wir haben uns das komplett aufgeteilt. Das Gelbe bedeutet übrigens, dass ich das nicht bauen könnte, weil ich zum Beispiel, wo ist denn das normale Bett? Ach, hier den Schlafsack. Genau. Weil ich den nicht gelernt hab, kann ich das da unten nicht bauen. Ja, also das ist sowieso, Luzis Part bleibt auch so. Okay. Ja gut, das ist aber, das ist ja mehr teuer, das Ding. Das ist quasi, ne, 40 Heid brauchen wir dazu. Für das Bett jetzt, ne? Na klar. Oh shit, okay. Ich hab da aber auch nicht ein Ding rausbekommen, ne? Gar nichts. Und jetzt bricht auch noch die Nacht rein. Wir hatten nämlich, ähm, beim, war das bei der letzten Aufnahme? Oh shit. Beim letzten Versuch aufzunehmen, da hatten wir das Problem, dass wir am Lagerfeuer durch ein Bad gestorben sind. Oh ja. Äh, das war, ne? Wieso vergammelt das Fleisch im Lagerfeuer? Das ist doch nicht vergammelt. Doch, da ist schon vergammeltes Zeug drinne. Okay, ich nehm's erstmal mit raus. Ah nein. Was hab ich denn jetzt rausgenommen? So ein Stück Fleisch war das, okay. Kannst du schon Klamotten oder so herstellen? Ne, ne? Ne, noch gar nichts. Da brauch ich Fiber, aber da geh ich gleich mal los. Fiber ist in der Truhe. Ja, aber nicht viel. Doch. Ich brauch irgendwie 40. Echt? Ja klar. 77. Gucken. Moment. Boah, hat der Hunger, der Typ, ne? Das ist, äh, kann man, da muss man. Einmal Oberteil kann ich bauen, dann war's das. Ja, Hammer. So, ich schmeiß mal, ich droppe. Ja, hier in der Ecke stand übrigens unser Bett. Wir hatten auch noch vor, hier Fenster reinzuziehen, aber, ähm, der Aufwand, das Holz zu sammeln, weil man hier pro Einheit Dach, glaub ich, 60 Holz braucht. Oder 80, glaub ich sogar. Für die Wände 40, für den Boden, ähm, waren's auch, glaub ich, 80. Das ist Wahnsinn. Ich hab hier fast den halben Wald gerodet. Aber zum Glück sind die Bäume auch nachgewachsen. Ich muss jetzt nur mal drauf achten, wie kalt das wird. Jetzt diese Nacht, ob ich nachts einfach mal fix losgehen kann, ein bisschen sammeln. Ja, bestimmt. Da haben wir 26 Grad. Wo sieht man eigentlich die Uhrzeit, die Serverzeit? 22.17 Uhr. Wo siehst du das? Über Grad. Hatten wir nicht gestern irgendwie zu der Zeit nachher minus 6 Grad oder so? Na klar. Okay, er sagt nämlich auch, ich überhitze. Ich geh einfach mal in den Wald. Gut, mir tu. Holz, Holz sammeln, Fiber. Hab ich eigentlich alles? Ich brauche auf jeden Fall noch Flint, ähm, um meine eigenen Werkzeuge zu... Ähm, du, hier ist schon so ein... Ja, was denn? Wie heißen die Dinger? Hier sind so ein Wildschwein. Und dahinter ist ein Raptor. Okay, oh, oh, okay, warte, warte. Da ist ein Raptor. Okay. Ich hab aber keine, keine Werkzeuge mehr, ne? Wo dreift der mich an? Hallo. Weil er wahrscheinlich dich zuerst gesehen hat. Scheißvieh, ey. Stirb! Ja! Okay. Einmal Hight hab ich. Und jetzt ist das andere Drecks wieder, ne? Aber ich hab nix, ne? Um... Ich kann dir nix droppen, sorry. Ne, macht nix. Ähm, ich geh mit der Axt drauf. Ach nein, das ist so eine Schlickröhe, die greift an. Ne, das ist der Falsche. Ne, hier, hier drüben der. Ach, oh Gott, fast ein Falschen angegriffen. Drei, zwei, eins. Ich nicht treffe, ne? Oh Gott, jetzt hab ich dich getroffen, ne? Ah ja. Nein, ist er. Ich seh ihn nicht, ne? Ach, da. Ja, Sperr kaputt, ey. Das ist so lächerlich teilweise, ne? Hast du ihn? Ja. Ja, jetzt krieg ich aber wieder nur Miet raus, ne? Aus dem. Warte mal, warte, warte, warte. Jetzt muss ich mit der Spitzhacke, um Hight rauszukriegen. Ne, mit der Axt. Oh, Alter, hab ich jetzt viel Fleisch rausgeholt. Ja, lass schnell jetzt wieder zurück ins Lager. 17 Fleisch. Aber warum kommen jetzt so wenig Hight raus? Versteh ich nicht. Das war immer so. Nein, also je nachdem, was du verwendet hast. Obwohl, du warst ja eigentlich immer der Jäger. Damals hier übrigens nebenbei noch die Fahne. Das gibt nämlich Fiber. Fiber, Fiber, ich hab Fiber, Fiber. Hab ich dir nicht gehört. Oh, ne Ender, aber kein Fiber, Fiber. Ich sammel schon, ich sammel schon. I need Fiber, Fiber. Ja, dieses komische Grünzeug hier, das wächst in, eigentlich komplett nach, glaub ich, ne? Die Bäume, glaub ich, brauchen ein bisschen länger. Ich hatte vorhin beim Laden gesehen, dass irgendwie eine Persistence eingeschaltet ist, aber ich konnte nicht so schnell lesen, welcher Art Persistence. Weil gestern hab ich zum Beispiel gedacht, dass die Bäume... Alter. Dass die Bäume gar nicht nachspawn, aber doch, war denn doch so. Ach cool, ich kann trotzdem was einsammeln gehen. Okay, das ist gut. Wie, mit der Fackel in der Hand? Ja. Ja, genau. Dann erkunden wir mal den Wald, ne Leute? Was war denn das mit der Fackel bauen, Craft, ey? Da brauche ich Wood und ich hab natürlich nix, ne? Und Lint. Na, werde ich mal gleich holen. Nein. Wir haben auf den neuen Essen. Ihr seht's ja selber, was man hier an Nahrung braucht. Und noch krasser ist es, wenn's kalt ist. Da hat man das Gefühl, dass die irgendwie eine dreifache oder vierfache Ladung Nahrung brauchen. Ähm, achso, nee, hab ich nicht. Lol. Achso, hab ich nicht, lol. Ja, Luzie ist schon wieder durch. Wie man hört. Na klar. Oh Gott. Hallo Echo. Man kann maximal 20 Fleisch reinkommen, das wusste ich jetzt auch nicht. Lol. Ja, nimm die Kacke mit raus aus dem Haus. Nee, das ist Dekoration. Ihh. Nein. Das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ja. Übrigens, wir haben einen, dadurch, dass wir hier geplättet wurden, haben wir einen neuen Erzfeind. Ja. Und in unserer Nachbarschaft leben zwei, äh, Ritter auf Raptoren. Ich nenn sie jetzt mal so. Sie haben mich in Ruhe gelassen, aber das war wahrscheinlich mehr Glück als das andere. Haben wir hier Flint drinnen liegen? Geh doch mal auf. Fuck, ich brauch auch Flint, ey. Es ist zum Kotzen. Ich brauch Flint, aber es ist dunkel. Richtig. Ich kann nichts holen, außer du nimmst die Fackel mit und ich kann hacken. Ja, na, dann gib mich. Oder, ja, mich ist das egal. Ich kann auch hacken. Ich hab ja auch Hacker. Spitzhacki. You know. Warte, 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 warte. Ich gebe dir, ich gebe dir eine besondere Werkzeuge. Das ist, äh, diese Werkzeuge hier, weißt du? Du kannst dies nehmen und dies in den Inventar schieben. Achso, ich steh schon wieder drauf. Oh, du stehst drauf, ja. Ach, okay, verstehe. Nice. Komm raus, komm raus. Komm raus. Okay, ich komm raus. Tür zu. Ich hoffe, Passwort ist drauf, ne. Ich geh Fieber sammeln hier. Und leuchte dir. Ja, komm mal mit, komm mal mit. Komm mit, ich komm mit. Komm mal mit, komm mal mit. Runter, runter. Zum See. Zum See? Ja, ich brauch Steine. Steine, Steine. Flint, Flint. Ich brauch Flint, you know. Ja, aber du kannst doch hier überall Stein hauen. Nein, das ist unsere Tarnung. Achso, na gut. Wenn der Stein weg, dann ist hier keine Tarnung mehr, weißt du? Okay. Oh Gott, sorry. Es ist, ja, ihr merkt es, ihr merkt es, ne. Aber nur mal so am Rande, auch wenn das jetzt hier ein bisschen, ne. Ihr merkt es? Eintönig, dass du durch bist. Du bist sowas von durch. Und jetzt bist du kaputt. Webst du noch? Ja. Hallo, Tino. Willst du mich platt trampeln? Nein. Aua. Das hab ich Aua gemacht bei mir. So, da, da. Oh Gott, guck mal, das nennt man Kacke. Das sind, ich brauche Licht. Ja, ich komme. Licht der Zukunft. Was wollte ich denn jetzt? Achso, wenn das hier ziemlich einstellig aussieht, ne. Auch wenn wir jetzt Steine jagen und nicht Dinos. Aber das Spiel macht wahnsinnig viel Spaß, ey. Leute, ich kann euch das wärmstens empfehlen. Übrigens, Daisy ist auch wieder cool. Was denn jetzt? Daisy ist cool, aber dies ist arg. Don't, don't, don't talk. Äh, du hörst mir nicht zu. Don't talk from Daisy in this Ark. Ja, ein, ja, I know, aber ich hab ja gesagt, Ark ist cool, aber Daisy ist auch wieder gut. Weil ich hab nämlich bei mir auf dem Dings haben einige Angst, ne, dass, äh, ich, oh come on, das ist ein dicker Dino. Oh, ich seh nix. Erstmal, erst mal ne Kacke auflegen. So, komm mal mit hier jetzt. Komm mal ran. Ich komm noch mit. Ich seh nix, ich seh nix. Warte mal. Wir machen das gut. Ich seh nix. Ich hab 26 Steine noch im Inventar. Ach nee, wir wollten ja Flint haben, ne. Wo bist du wieder mit deinen Korpfen? Ja, ja, ist ja gut. Wir brauchen Flint. Ich seh. Ja, und da vorne, ne, wo ist das denn jetzt? Da, guck mal, Lagerfeuer und so, ne. Irgendwann, Leute, wir holen euch. Ich schweiß dir. Guck mal, da ist Party. Da ist Party? Wo bist du denn jetzt? Oh ja. Ja, nun, was machst denn du? Geh nicht so dicht dran. Ich wollte zeigen. Ja, ich hab ne Fackel in der Hand. Sneaky Beaky, you know? Du rennst bei mir gegen den Stein. Das ist nicht, oh lol, du bist bei mir weit. Oh, Serverdown. Ah, ja gut, passend zum Cut, würde ich mal sagen. Würde ich auch sagen. Also, Leute, wie gesagt, es geht ganz gewohnt weiter. Wir sind ein bisschen spät dran, aber Ark erscheint weiter, genauso wie Daisy. Und, ähm, nur helfen sie mal. Äh, keine Ahnung. Äh, cry of him, genau, egal. Bewerten, kommentieren, liken, nicht vergessen. Tschau. Tschau.